Oh ja, oh ja, okay, komm schon, komm schon. Äh... Oh... Er hat ein Tor, den Ernst. Hey, warum? Ich dachte... Ich dachte so... ... ein Tor. So ein Idiot, Alter. Ah, man, der HC-Block. Fucking Nuller-Ping. Man, an BOT ist... ...das? Also, löst. Ja, super, ich sehe, dass Jamie einen Time-Out nimmt. Ehehehe. 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 Ich habe in Brock-Tick-Black-Tills gesehen. Ich möchte das... Also, Dreadbow? Ja. Geil! Ich habe 200 Punkte, Alter. Kennst du... ...schultasche oder schultasche? Schultasche. Ok, gut, ok, gut, ok, gut. Niemand sagt schulte-ranzen. Doch, ich wollte in Deutschland bei euch sagen das, ich weiß nicht wo, aber Stuttgart glaub ich, oder so. Stuttgart. Das wird man nicht Leute, das wird man Kreaturen, die Schulramzen sagen. Nicht weil die Lehrer in meiner scheiß Grundschule, die so 60 Jahre alt war, an ihrem scheiß Live-Support gehangen ist, nicht weil die an Schulramzen gesagt. Ich betrachte das geschehen. Nein, ich bin im geschehen, Mann. Ich will mich sehen, ob ich nicht stehe. Aber warte. Ich betrachte das geschehen, ich bin im geschehen. Ah ja, stimmt. Ich wurde von Epic Games gekauft. Was? Aber deswegen ist es so AIDS. GAMING. Oh, danke für den Busbrunnen. Diesen THC, Alter. Diesen THC, Alter. Mach es, mach es, mach es. Was? Scheiße. Kann doch sein. Nein. Ultimate. Hure. Komm schon, Alter. Outer Detector, Alter. Nein, nein. Ich hab verfehlt. Das hat dieses Standart-Kramschott gesagt. Mein Diesel ist gestorben. Nein. Fass da deinen Zander hin? Wo ist Diesel? Er ist tot. Ja, er kommt bald wieder. Da ist er. Da ist er wieder. Diesel. Ja, Mann. Diesel. Ja. Da ist auf. Es hat den Lucken. Es hat mich doch gesagt. Das war das, was ich jetzt. Ich hab ihn ausgesucht. Na in die Zeit. 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 Bis zum nächsten Mal.